Wunderbar, du hast dir also als Verräter geoutet. Wie denkst du, wird das gut für dich enden? Uiuiui, Elektroball. Ähm, tausch mal mit dem. Das muss glaube ich auch ganz gut gehen. Ist zumindest nicht effektiv jetzt hier, muss kommen. Ja gut, da kotzen wir das Ganze ein bisschen ab. Die Selle selbst zerstören, aber ich guck mal ein bisschen rein, da ist noch so drin. Komm mal her, gib mir was, gib mir was. Ist hier drin? Du brauchst eine Karte oder eine Schlüsselkarte um diese Maschine zu holen. zu öffnen. Ich brauch bessere Beeren. Ich brauch bessere Beeren, damit mir ganz Quatsch wegkommt. So, die habe ich wieder besiegt, da komme ich nur irgendwo anders hin. Glaub ich. Wend mal. Schlüsselkarte ist für diesen Raum benötigt. Ha, da ist nämlich ein Durchgang. Sieben auf dem Boden. Okay, ich brauch irgendwoher eine Schlüsselkarte. So. Gehen wir auf zwei. Zwei war ich wahrscheinlich gerade, oder? Genau, zwei war ich gerade. Und eins. Eins ist da, wo die sind. Dieses Diagramm zeigt die molekulare Struktur von Evolis DNA. Und es erklärt die Stimuli, die nötig sind, um Evol... Evolin, alle evolu... Evolilu... 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 Evol-lu... Evol-lu-tionen. Egal. Die haben so einen komischen Namen. Evol-lu... Evol-l-lu... Evol-l-l-l-tionen. zu verändern die Anmerkungen scheinen außerdem zu zeigen wie Evoli in einer Form entwickelt werden kann und zurück Kann ich das nicht mitnehmen? Ich brauche doch Beweise Wenn ich zu denen gehe, ist es bestimmt wieder irgendwie zurück in der Hinten Glaube ich Intruder, ja ok, genau Ich habe mir schon gedacht Du Okay, mit dir habe ich schon gesprochen Ja, du erzählst mir ganz viel dass das alles moralisch fragwürdig ist Aber von dir kriege ich keine Schlüsselkarte Ich hoffe mal weiter Ich bin im Tisch Ich bin hier oben Hier oben ging es auch noch weiter Und hier ist noch ein Rocket Run nicht besiegen kann Ich dachte, du kommst ja einfach so raus Ich könnte dich einfach zurücksperren in deine Zelle wenn ich wollte Aber ich will beweisen dass ich dich auch über meine Pokémon dominieren kann Das halte ich für ein Gerücht Aber versuch's Sei dir, sei so frei Wasserschwanz Oder Wasserschweif Glaube ich Auf deutsch Machen wir doch mal was der Schweif Gegen die Psydur Das ist doch nicht vollkommen okay So Du bist nicht ansatzweise in meiner Liga Nicht mal ansatzweise Tschüss Haben wir irgendwie Sachen drin? Okay Nicht Damit habe ich gar nicht geredet So Ah Da heb ich noch einen Punkt Wo ich noch nicht war Ja, sehr schön. Hast du auch eine Schlüsselkarte? Ja. Da gibt es auch eine Schlüsselkarte dafür. So, ich könnte jetzt... Kann ich mit dir reden, um da durchzukommen? Das ist dein letzter Atemzug, den du außer deiner Zelle machen wirst. Ich verspreche es dir. Ich bin ein Kind. Ich bin dieses erwachsene Menschen. Warum zum Teufel... Wollt ihr unbedingt eure Pokémon benutzen? Wasserpuls! Untot. Wasserpuls! Boah. Special Defense ist gefallen. Ich fress die Schlange. Um, 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 um. Äh... Wasserschweif! Zup. Jetzt werde ich hier auch aufgefressen. Blobstrahlen! 10.000xp. Lever 36. Jetzt könnte ich Turtok haben. Ich glaube, ich will Turtok haben. Turtok ist viel cooler. Komm, klick mir Turtok. Ich weiß, es ist ineffektiv, weil ich dann ewig brauch zum Leveln. Egal. Ich will Turtok haben. Ich will Turtok haben. Ja. Turtok. Der hat ganz grüne Werte. So, kriege ich von dir die Schlüsselkarte? Ähm... Welcher HP hast du? Wir fehlen 50 HP. Ne, SuperPawl, 50 HP, 60. Ja gut, hier. Das geht. Unser Fuschelteam hat es getan. Unser Experiment war erfolgreich. Wir brauchten zwar Dutzende von Testversuchen, aber wir haben es geschafft, Evoli zu entwickeln und zurückzuentwickeln in den ersten 5 Evolutions und der Rest kommt bald. Und, ob ich dir das sage, mit einem verräterischen Eindringling wie dir. Ähm... Ich weiß nicht, was das ausbüschelt ist. Ähm... Weil du weggeschlossen werden wirst und... Keine Ahnung, wird irgendwie in deine Schuld stehen, mein nächstes Experiment. Hm... Hm... Biss! Hat kaum Schaden. Ha! Turtok ist stärker. Hier. Bam! Turtok frisst dich einfach auf, Aquana. Zack! 8.000 XP, äh, okay. Blitzer, dann tauschen wir doch. Er kann sich nicht viel machen gegen meinen Sander. Mh, he, 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 he. Nee, die Blitzkrallen sind completely ineffective. Oh, jetzt macht's mit Gift. Aboa! Das war meine E-Mail. Bin ich Untergrund? Wir nehmen, egal wie. Oh, du bist tot. 2.000, 2.000, Flamara. Kann ich mir nur dich einsetzen. Los, Turtok! Feuer-Spinn? Vielleicht ist das Feuer-Spinn auf Deutsch. Super. Oh, er hat sogar belebt. Krass. Krasser Typ. Hier. Biss. Prom. Ich finde immer noch Flamara ist eine der süßen Entwicklungen. Okay, die ist auch ganz cool. Wasser-Schweif. Bam. Oh, nee. Nicht mich verwirren. Ich treffe das sowieso schon so schlecht. Ha. Verarscht. Nach dem Psy-Anamen sie auch noch. Äh, was war denn Psy-Effektiv? Gift? Äh, Psy-Anamen hat einen Attackerfeuer gesehen. Nach Marino-Schock, was hier noch passiert. Äh, nee. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat das nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Schade. Ich weiß, ich habe es jetzt hier sterben lassen, aber es nützt mir ja nichts, wenn ich jetzt wegsehe. Wenn ich dann einfach nur direkt ein bisschen die Fresse kriege. Ähm. Eigentlich zieht ich jetzt mal Pikachu ein. Pikachu, du schaffst das! Los, los! Und, äh. Dann, Donnerblitz. Bziu. Funktioniert ganz gut. Hat eine Attackerfeuer gesehen. Ich habe trotzdem Donnerblitz. Das ist ja krankend schon vorbei. Hier schaust du meine Attacker, die irgendwann in Zukunft kommt. Nein, ich habe keine Beleber mehr. Damit sich meine Evolution, Evolilutions weiter bekämpfen. Dich bekämpfen. Nur weil du mich besiegt hast, heißt das... Heißt das nicht, dass ich unser... Bahnbrechsexperiment dir überlassen werde. Es geht los in die Maschine damit. Es wird per Computer zu einem unerreichbaren Bereich, äh, transportiert werden für dich. Da ich ziemlich sicher bin, dass irgendwann dich jemand endlich einsperren wird. Okay, von dir kriege ich also nicht, was ich haben wollte. Okay. Äh, muss ich mal kurz über Leben gehen. So, da unten war ich jetzt schon. Also muss ich jetzt hier wahrscheinlich weiter Rätsel lösen. Hm. Wieder eingehe. Das ist jetzt was. Dann komme ich zwar jetzt glücklich da hin. Dann komme ich wieder hoch. Dann will ich aber gar nicht hin. Die drei Unsen, alle sind los. Weil ich mich immer wieder nach oben schiebe. Ich muss in das Mittlere laufen. Dann will ich nach unten kommen. Zack. 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 So, servus. Du wurdest immer noch nicht zurück in deine Zelle gebracht. Ich werde deinen Ausbruchsversuch ein Ende setzen. Oh, Hypno. Äh, 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 Wasserschweif? Wake up, Slap. Das ist vollkommen okay. Jetzt beeile ich dich. Stimmt, Unlicht war super effektiv gegen, ja. Gegen Psycho. 12.000 XP. Uiuiuiuiuiui. So, wir packen jetzt mal dich nach vorne, weil du musstest auch mal ein bisschen kämpfen wieder. Auch wenn du halt noch B-Pokémon bist. Diese Frechheit von dir so weit durch unsere Basis zu stapfen. Überhaupt der Gedanke, dass du an mir vorbeilaufen willst. Aber vorbeikommen willst. Du bist doch Boden. Hab ich doch genau das richtige Pokémon jetzt genommen. Supersauger oder Megasauger. Siehst du? Super effektiv. Alles mir egal. Supersauger und du bist tot. Change die Pokémon. Ähm, du bist nicht so günstig. Pikachu! Go, go! Ich brauche Elektro-Uerteilung. Äh, hier. Entladung. Bats! Oh, das hat nicht gereicht. Ich hätte auch den Dommershock nehmen müssen. Giftfang. Au. Au. Fies. Paralysiert und tot. So, ich hab noch was gegen Gift. Irgendwo. Ich ziehe mir recht davon. Biss ist Friendly. Das Paralyse. Das Frost. Äh, eingefroren. Das ist Friendly. Das ist PP. Friendly. Das ist generell. Ich hab auch noch was richtig gegen. Konfusion. Oh, ich hab mehr Allgemeine als satt. So, Super Pauschen. Pikachu. Brauch ich bestimmt nochmal. So, ihr Forscher. Deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist unvermeidlich. Aber es war vermeidbar, das in diesem harten Weg, auf diesen harten Weg zu machen. Äh, ist wieder Elektroball Level 30. Special Defense erhöht, okay. Na, mach mal Sandan rein. Los, Sandan. Selbstzerstörung. Ihr habt das noch nicht so ganz verstanden, wie Pokémon-Kämpfe funktionieren, wie man die gewinnt, oder? Weil mit Selbstzerstörung gewinnst du keinen einzigen Pokémon-Kampf. Meine Jüde. Es hätte für dich besser geändert, wenn du einfach in deiner Zelle geblieben wärst, du Verräter. Weiß man nicht. Ich hab nicht das Gefühl, dass ihr so eine große Bedrohung seid, bisher. Kann ich, konnte ich Psycho gegen Gift einsetzen? Oder war nur Boden recht gut? Äh, nur nochmal kurz so ein bisschen Test. Äh, ist das effektiv. Ist effektiv. Wir machen nochmal hier die Kraftreserve. Oh. Oh. Ist schon okay. Hier nochmal Kraftreserve. Zack. Und dann bist du tot. 10.000 XP. Nehme ich. Kein Xardogut gebrauchen. Wo ist hier noch was drin? Gib mir... Zeus. Nicht Money, Zeus. Du siehst mir nach dem Schlüsselbewacher aus. Ähm. Dank Xardogut kriege ich jedenfalls auch eine Potion. Hier fehlen sogar 30. Ja, die hat eh nur die Potion geben sollen. Friendly. Friendly. Keine Ahnung. Das ist ja immer so. Bitte klappen. Unsere Basis zu infiltrieren war der ultimative Fehler, den du gemacht hast. Ne, war der vorletzte ultimative Fehler, den du gemacht hast. Der letzte war, dass du uns das Evoli gegeben hast. Ich wollte euch das Evoli nicht geben. Ich wollte es selber behalten, ja? Wollt Evoli von mich haben. Aber ich wurde gezwungen... Eine Undercover-Operation hat erfordert, dass ich euch das Evoli gebe. Sonst wäre ich nie hierhin reingekommen. So, besiegt. Genre, Genre Pokémon. Oh, ein Auerbock. Äh. Tauschen mal. Los, Sander. Mach sie platt. Hö. Das ist okay. Ich verbuddel mich mal. Verdammt. Das... Das ist übelstark, das Ding. Das ist richtig übelstark. Kraftreserve? Ah, okay. Hm. Grund, dass mein Sander da gestorben ist. Bitte vergib mir, Giovanni. Ich hab Kinder, die ich jetzt füttern muss. Ich hab ein Keycard gefunden. Ah, ich sollte mir der Besser des Evoli holen. Hier ist nix drin. Hier, hier, hier auch nicht. Okay, gehen wir jetzt mal die ganzen Maschinen ab. Ah, da ist Giovanni. Hä? Giovanni. Ist hier noch was drin? Ah, Revives. Sehr schön. Revives kann ich gerade gebrauchen. Äh, dann kann ich mir Sander an reviven. Dann nehme ich dir noch ne Super Potion. Kann ich weiter kennen. So, hier brauche ich keiner. Zapp, zapp, zapp. Alter, ich muss da lang. Zack, zack, zack. Zu der... Dem werden Maschinen will ich hier erstmal laufen. Und immer raus holen. Passwort entgegen. Na, ich muss mal das Passwort aufsinnig. Ach, komm. Also muss ich doch zuerst zu Giovanni. Giovanni, ich muss dir ein Angebot machen, dass du nicht ablennen kannst. Ich glaube, ich muss in den vierten... Ja, dann muss ich in den vierten Stock da unten fahren. Die, 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 die. Ähm. Weil das ist nicht so schwierig. Ich muss hier da hin. Und um runter zu kommen... So, so, so. Und so. Dann muss man ein bisschen gucken. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir in den vierten Stock. Um dort in den Geheimraum zu gehen. Und Giovanni zu besiegen. Vierten Bedeutung. Dankeschön.